Willkommen zurück zu einer weiteren fellnasigen Folge Party Animals mit einem Mann, der immer ein wenig Fell um die Nase rum hat. Kreis! Meine Nase sieht aus wie, kennst du das, wenn du Erdbeeren im Kühlschrank liegen lassen hast und dann so nach einer Woche nachgucken? Ja, du hast immer so ein bisschen Pflaum. So einen weißen, merkwürdigen Pelz hast du an der Spitze. Alter, lass in die Lollipop Factory. Die Lollipop Factory, Alter, jammern. Wir müssen in die Lollipop Factory. Ich will den totalen Zuckerrausch. Was müssen wir da machen? Du musst in der Mitte das Zeug holen, da siehst du ja jetzt, und dann musst du außen rumlaufen und das in deine Base bringen und dann musst du noch so einen Hebel ziehen, damit es runterfällt. Manchmal kommt so ein dickes, fettes Gummibärchen, Alter, das müssen wir kriegen. Okay, wir brauchen also das fette Bärchen. Wir brauchen den fetten Bären, Alter, den richtig schön sein. Es wäre geil, wenn da unten einfach so ein Mund mit einer Zunge wäre, weißt du? Und du fütterst irgendwie so ein riesiges Kind quasi. Guck mal, was ich hier habe. Ich habe Graf Ketula. Graf Ketula, Alter, okay. Hey, guck mal, ich nehme hier Rotkäppchen, Alter. Ketula und das Red Snapper Girl. Red Snapper Girl. Alter, guck dir mal dieses Schwein da drüben an. Das ist richtig auf Krawall gebürstet. Ja, Entfänger, Alter. Krawall-Schwein. Richtiges Krawall-Hass-Schwein. Kampf-Eber. Fight-Eber. Was machst du denn da oben? Irgendwelche Stretch-Übungen? Bist du schon unten? Ey, die holen da schon das dicke Gum-Gum. Alter, die haben dich K.O. Nee, Alter, die prügeln sich hier. Weg von den Bärchen! Her mit den Bären! Unser Bär! Das muss man jetzt da hochwerfen. Unser Bär! Ja, oder außen rumlaufen. Helfen wir mit den Bären! Ich kann nicht! Ich habe gerade meine eigenen Sorgen. Du musst die erst sammeln. Leg die da hinten hin und sammle die. Ach so. Oh Gott, die haben mich K.O. geprügelt. Schnell, Affe, hilf! Moment, aber das muss doch wieder hin. Ja, aber außen rum. Du kannst ja außen rum gehen. Ich ziehe auch. Vergiss nicht. Sprinten. Sprinten. Ich ziehe an dir. Den Hebel. Du musst zum Hebel rüber. Ja, aber noch ist es nicht unser Bär. Oh Gott. Der zappt den ab. Das gibt es doch nicht. Ich komme nicht durch. Ich prügele ihn. Du blöde Katze. Ich bin Kraft. Katula. Einzig Ware. Boah. Wieder mehr einer. Jetzt schnell. Den Hebel. Opfert ihn. Ich habe ihn bewusstlos getreten. Alter, das gab Punkte. Alter, voll der Zuckerrausch. Lollipop. Lollipop. Zucker. Alter, das ist wieder eine dicke. Nur noch die dicken. Ich nehme nur noch die dicken Bären, Alter. Hau die Katze bewusst los. Ich nehme zwei. Ich nehme zwei. Ich habe zwei Stück. Ey, vorher go. Da ist vorher go das Schwein. Aber hier ist Krieg. Geht weg da. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Nein. Alter, diese Kat Bros hier. Kat Bros. Lollipop. Ich habe zwei Dinger. Ich habe Zucker. Mama. Mach du. Wir lenken sie ab. Wir haben sie hier gut unter Kontrolle. Nein. In. Ich komme aus Ketzelvanien. Ketzelvanien. Ich habe ihn. Ich habe ihn noch. Ich habe ihn noch gezogen. Ich habe ihn noch. Alter, diese Katze. Diese Katze. Was geht mit der Ab? Ich habe nur zwei Zähne. Und der Beitschke, die richtig auskommt. Ich brauche die zum Trinken. Ja, bei mir ist es noch ernster. Ja. Ja. Komm schon, Mr. Gorilla. Hör damit. Das ist mein Pärchen. Ich block. Steck fest. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich bin dran. Affe hat. Affe hat. Ja, ja. Zieh, zieh, zieh. Ich blockiere die Katze. Yes. Yes. Die Katze ist genockt. Hier ist noch so eine Hasskatze. Hasskatze ist K.O. Einfach ziehen. Zieh. Dann geht es weiter. Zieh doch, Affe. Was ist los, Affe? Affe, zieh. Oh Gott, der Affe zieht dich. Er ist guter Bärenschlepper, aber... Er ist guter Bärenschlepper, aber mit Zieren macht Auge. Das ist unser Bär. Jetzt zieh, jetzt zieh, zieh. Komm schon, prügel den Bären da noch rein. Oh, geil. Lala. Hey, der hat gar keine Chance. Das wird ein epischer Sieg. Ich habe zwei, ich habe zwei. Oh. Ach du, Samurai-Korki. Samurai-Kork. Samurai-Kork. Oh, der Jungen. Komm, wir springen schnell die Kleinen weg. Ja, ja, komm mit. Alter. Verzieht euch. Unser Zeug. Du kannst die Kleinen eigentlich auch direkt da hochwerfen und dann sind die schon drin quasi. Oh, hier ist noch ein Bär. Hebel. Ich will einen Hebel. Lass mich. Gerne den Hebel, gerne den Hebel. Hebel, schnell Yoga-Boy. Zieh den Hebel, Yoga-Boy. Oh, yes. Yes. Rein mit dem. Und noch den Bären hinterher. Zack. Disrespect. Nice. Look at my Gummy. Schön reingegammt. Hallo, hallo, schönen guten Tag. Hallo. Hi. Na, hallo. Ey, Leute, ey. Ich will doch nur euer Blut. Ich bin noch aufs Bild. Oh nein, Mist. Ich bin K.O. geschlagen. Oh, man. Alter, nice. Nice. Jetzt schon die Meister des Zuckers irgendwie, ne? Schön die Zucker-Mastery, Alter. Schön die Zucker-Mastery. Icebreaker? Trebuchet kenne ich noch nicht. Was ist Trebuchet? Trebuchet, keine Ahnung, ey. Trebuchet is explosives to your opponent's base. Okay, also, okay, wir müssen explosives. Ah, okay, wir müssen hier rüberbämsen und dann den Hebel ziehen. Und dann den Hebel ziehen, ey. Alles klar. Ich bin bereit für sowas. Ich bin bereit für sowas. Guck mal, wie er sich noch am Hintern kratzt. So, steht da. Schön, wie die Leichen da drüben fliegen. Ah, nur Fell und Blut und Gedärme. Ich glaube, da bin ich mal so ein cooler Hai. Ich muss noch ein bisschen... Es geht, Leute. Ich muss noch ein bisschen Einhorn spielen, weil... Guck mal, ich habe auch ein Einhorn, und zwar das hier. Dragonhorn. Das Dragonhorn, Alter. Ja gut, ich habe so viel Geld, habe ich nicht. Ich habe nur diese Special Edition, die habe ich alle aus dem Eider gefischt. Du kannst ja da einmal so einen Zug machen, da hast du irgendwie gleich direkt zehn Skins. Ja, den Zehner-Zug, den habe ich auch gemacht. Alter, der Pfadfinder. Jetzt bin ich Robin Doak. Robin Doak. Ready? Es geht schon um alles. Leute, wir gehören zusammen. Ich habe eine Bombe schon drin. Noch eine, komm, rein da, rein. Aber rein. Ich muss mehr Bomben. So, jetzt. Oh Gott, ich muss hier raus. Hey, er hat mich runtergeprügelt. Der Feind ist in der Basis. Ich schwimme davon. Oh, ich bin weg. Oh, hier kommt ein Zeug rüber geflogen. Ich bin tot. Ja, aber du kommst ja wieder. Ja, aber wo bin ich? Nee, ich komme nicht wieder. Tod ist tot. Ah doch, ich bin wieder da. Haut doch die Katze mal da ins Wasser. Und haut doch da mein Deo rüber. So, die ist weg. Nee, der kommt wieder. Ich ziehe sie mit mir. Schnell, ihr müsst was unternehmen. Der lässt mich nicht los. Ich sehe nichts. Ey, die Katze, die ist... Ey, Boucher! Die Katze will nur meinen Tod. Die Katze will nur meinen Tod. Das ist echt so. So, ich habe den Hund weggeballert. Jetzt, schnell. Ich habe zwei. Warte, 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 warte. Ich packe noch eine Sprühdose mit rein. Richtig illegal. Oh Gott. Mist, die Sprühdose ist wieder raus. Ballert das Ding jetzt? Au. Komm schon. Warum habe ich damit nichts getroffen? Ich weiß nicht genau, was wir treffen müssen. Doch, da hat irgendwas getroffen. Das zündet ja noch drüben. Ach so. Ich habe hier noch einen Eimer Jauche. Oh, Mann. Mach mal hier den Jauche-Eimer. Den Jauche-Eimer, da habe ich schön reingekeckelt. Oh, 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 oh. Oh Gott, geh mit rüber. Hier drüben ist nur noch eine Katze. Ja, Leute sprengt. Ja, Alter. Ja, ja. Was ist denn Drawer? Hä, wieso Drawer? Wir haben doch noch eins. Wir haben doch eins. Nee, bei mir ist eine Krone. Wir haben gewonnen, oder? Bei mir stand Drawer. Ja, nee. Ja, es stand Drawer, aber wir haben gewonnen. Wir sind cooler. Ich habe nämlich die Katze da drüben noch weggebämst. Schön einen Fluss reingeprügelt. Das alte Drecksvieh. Alter, was sind die Safely? Oh, Safely Afloat. Das ist krass, Alter. Das ist richtig krass. Es ist in der Mitte so ein Ballon mit einem Safe dran. Und du musst diesen Safe rüberkriegen. Ah, okay, aber wir haben Broken Arrow. Oh, Broken Arrow ist mies. Alter, bist du halt sehr schnell weg, ne? Bist du sehr schnell weg. Du musst direkt am Anfang vor allen Dingen aufpassen, weil da Leute direkt rüber boxen, die eine schnellere Connection haben. Ah, okay. Da können wir nicht mithalten. Wir kommen aus Deutschland. Ja. Wenn da nur einer irgendwo aus Uganda kommt, der hat gewonnen. Mit so einem Internet-Stick. Mit so einem Trommel-Modem, wo du trommeln musst, dass es funktioniert. Okay, ich muss meinen härtesten Skin einsetzen, und zwar den hier. Ich nehme G-Dog, Alter, hier. G-Wolf. Und ich bin Lizard, man. Ich bin Lizzo. Bibi Lizzo am Start. Ich bin G-Wolf. Habe ich gestern gezogen. War auch rare, glaube ich. Das Kostüm. Sieht schon ziemlich criminal aus. Klar, guck dir meine dicke Chain an, Alter. Alter, guck mal hier. Zauberer Krok. Irgendwie haben die dann so coole Skins, und am Ende nehmen doch alle so einen langweiligen Kram, ne? Ja. Irgendwie so ein Walross, so ein langweiliges. Wieso hat der einen Walross? Gestern hatte auch jemand einen Hai, den habe ich noch nie gesehen. Ich habe einen Hai. Ich habe einen Hai und einen Hammerhai. Ich habe einen rausgekickt. Hey. Bist du noch am Leben? Ja, ne? Ich lebe noch. Die Leute werfen mit Fisch auf mich. Was bringt das Ding? Irgendwie gefühlt gar nichts. Wir haben doch noch ein paar Mal Treffen, werden die bewusstlos. Alter, die sind zu zweit hier. White Otters. Ey, was ist denn hier los? Ach du, das bin ich. Oh, da kommt eine Bombe. Ich hau ab. Oh, die könnte richtig fies werden. Wie lasse ich denn was los? Zweimal tippen hinten. Die Graps-Taste. Vorsicht. Wie werfe ich das Ding denn? Das wirft er gar nicht. Keine Ahnung, er drückt da irgendwie mit X auf oder so. Ey, Achtung, der shootet hier. Bombe. Die Kuh muss weg. Die Kuh. Ich hab hier ne Golden Duck Fight, Alter. Zack. Warum bin ich jetzt auch K.O. Achtung, da ist wieder ne Bombe. Lolli. Der hält sich da fest. Aussnochen. Ich hab nen Taser. Alter. Boah, das Flugzeug friert hier ein. Hier. Der ist eingefroren. Yes. Alter, wir sind ja jetzt schon voll die Kings. Aha. Ah, das bist du. Warte. Oh. Ich hol den Tennisschläger aus dem Fahnenbereich. Oh, die sind gefährlich, ne? Ja, weil du dich damit auch selbst knocken kannst. Alter, der Büffel ist böse auf mich hier. Bad Cow. Alter, hab ich ihn rausgeprügelt. Boah. Hast du genommen, der Leben. Vorsicht. Ahm. Vorsicht, Vorsicht, das bin ich. Nein. Oh, oh, oh. Renn, 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 renn. Achtung, da ist ne Bombe. Cowboy. Wir müssen ihn. Check it. Jetzt, jetzt, jetzt. Kick ihn raus. Nein. Ah. Was war das? Wieso bin ich so gesprungen und weggeflogen? Oh Gott. Wo ist er? Oh, ich hab's geschafft. Du hast es geschafft. Geil, Alter. Geil. Oh, Junge. Enemy number one. Direkt die Kuh ausgenockt. Nein, die zieht mich mit runter. Ich bin weg. Okay. Ich kann dir leider nicht mehr helfen, Bruder. Boah. Alter, das ist ein richtig brutaler Otter. Flotter Otter. Ey, die haben irgendwie so ein Spinning Move jetzt alle plötzlich drauf. Direkt das ganze Game wieder exposed. Weißt du, so, du fliegst auf einmal nach vorne. Hier, Banane kriegst du, Otter, Alter. Mach mal Anton da drüben kaputt. Der schnabelige. Der schnablon. Schnabulon. Schnabulon. Achtung. Bam. Otter. Ist aber über seinen Kopf drüber geflogen. Leider. Dabei war es voll der Snipefisch. Voll der Wesley Snipefisch. Wesley Sniperfisch. Ja, Otter, jetzt frierst du ein. Ja, aber Otter sind Kälteresistenz. Ja, aber die Duck hat ihn einfach weggedacht. Wie dick duckt hat er ihn. Ist hier noch einer? Nee, Golden Duck. Oh, er holt sich. Golden Duke. Golden Duke. Arbeitet zusammen mit Weiß Otter. Oh, das sind... Alter, der hat mir direkt... Ey. Ey. Ich bin weg. Der ist gespawnt. Hat mir eine Todeskelle gegeben. Ey, du liegst ja ewig. Den haben wir K.O. geschlagen. Ja, aber der hat Power Moves. Achtung, die Ente hat was. Oh, Alter. Ich wollte die Antenne rausreißen. Ey, die Ente hat schon wieder gewonnen. Ey, Dacko. Jetzt müssen wir aber gewinnen, du. Guck mal, die Ente... Das ist so asozial. Das Vieh geht... Instant auf mich drauf. Vorsicht. Dacko, Lonne. Vorsicht. Pfanne. Als ob. Die Ente muss weg. Die Ente ist weg. Ui. Die Pfanne hat gesessen. Oh, ich hab einen Fisch abbekommen. Die fischen mich. Alter, das gibt's nicht. Ich hab's nicht geschafft. Aber ich hab einiges weggeballert. Der Otter darf nicht gewinnen. Wenn der gewinnt, dann haben die gewonnen. Der ist nämlich Team Ente. Schmeiß den da runter. Drecksack. Achtung, da ist eine Bombe. Alter. What? Die Bombe kickt mich ins Eis, Alter. Oh mein Gott, ist sie geflogen. Du hast gewonnen. Yes. Ja, Alter. Nur Siege. Nice, Alter. Das war Control. Ja, da sind sie. Ja, Mann. Ich bin Wolf. Ich bin Wolf. Ich bin... Hallo. Hallo, ich bin Wolf. Hallo, ich bin Wolf. Hi. Schaut euch meine dicke Chain an. Crypt, Junge. Crypt. Richtig gecrypt. Wolf Chain. Game found. Windtunnel. Fluffy. Fluffy Redemption. Das kenn ich auch nicht. Die Fluffy Redemption. Red Dead Fluffy Redemption. Die Fluffy Redemption, Alter. Add coal into the furnace. Oh, oh, oh. Die Furnace. Furnace. In die Furnace. Du machst die Cola. Mach die Cola in die Furnace. Ey. Caprona. Mach die Pizza, du, nur die Furnace. Mach du die Cola in die Furnace. Ey, si. Prego. Prego. Collecte du in die Furnace. Und hier. Der Hai. Kennst du den? Ich hab den nicht. Wieso hab ich keinen Hai? Oder ist das irgendwie ein anderer... Nein, das ist ein Hai. Und dann hab ich... Ich hab zwei Haie sogar, Mama. Ich hab sogar... Oh, nee. Ich hab nur den Hai. Ich dachte, ich hätte noch einen gehabt. Ach, dann ist der Hammerhai in Skin. Ja. Hier, Hai. Alter. Okay. Ich nehm Wrestle Tiger. Rocky. Rocky the Rocky Tiger. Rocky Cookie Tiger. Und die Jam Jam in den Adern. Die Harry Potter Eule. Das ist geil, ey. Pole. Oh, Gott. Kannst du zwei auf einmal nehmen? Weiß ich nicht. Ich nehm Brocken hier, Junge. Oh, Brocken, ey. Ich nehm den Brocken. Soll ich rübergehen? Den mit dem Nunchak verprügeln? Rein damit. Geht nicht. Tschüss. Wir werden schneller. Das Jack da oben kriegt aber irgendwie nichts hin. Warte mal, ich schmeiß euch die Kohle runter. Hier, nimm. Das ist das... Russische Jack ist betrunken. Was machst du da, Jack? Er ist geweckt. Hier, holt. Alter, wir haben Gegner drüben. Wir haben drüben Gegner. Die schießen auf mich. Aber ich werde unbeirrt weiter die Kohlen hineinwerfen in den Ofen. Was ist das hier? Hier ist so ein Einhorn, so ein Shadow-Einhorn. Ich bin tot. Shadow Horn. Bin ich jetzt für immer ausgenockt oder komme ich wieder rein? Eigentlich in allen Spielen kommst du normalerweise wieder rein. Nee, ich bin weg. Ah doch, da bin ich wieder. Das Einhorn klaut die Kohlen. Ich höre drüben die Pipe. Das prügelt uns runter. Wir müssen das Einhorn loswerden. Das Einhorn disrespected. Wir bremsen sogar. Da ist jemand bei uns drüben an der Bremse. So, ich habe das Einhorn runtergekickt. Otter ist auch weg. Alter, unser Viking Otter. Er hat es geregelt, Junge. Ich habe ihn gestunt. Ich stun die da drüben. Ich gehe auch mal rüber. Oh, Junge. Nervt doch nicht. Ich versuche zu bremsen. Nein, die schmeißen mich runter. Ich bin tot. Ich versuche die da drüben auszubremsen. Wir brauchen Kohle. Ich bin gestürzt. Oh, er kommt schon wieder rüber. Nervt mich, Alter. Ich bremse die aus. Jetzt schnell. Kohle rein. Ich versuche es ja. Ich bin der Einzige, der hier noch Kohle reinwirft. Alter, ich bremse die richtig runter. Die kriegen mich nicht mehr weg, du. Ich habe mich da reingebissen mit meinen Haifisch-Zähen. Ui, ui, ui. Da haben sie mich genug gedudelt. Komm schon. Ich bin wieder da. Wir haben hier drüben keine Kohle mehr. Oh, doch. Oh, hier ist noch ein bisschen. Nimm doch die Kohle, Fisch. Oh, jetzt. Er springt selber mit runter, Idiot. Tja, Phenomenal hängt er fest. Oh, wir haben keine Kohle drüben. Ich habe mich mit runtergerissen. Ja, hier die Eule wollte direkt hier... Komm schon, wir werden jetzt noch ein bisschen Kohle reinschäffeln. Wir führen, wir führen. Aber die sind alle hier drüben und wollen uns ausbremsen. Ja, aber noch ein schöner Batzen Kohle. Ja, er ist unten. Die Eule ist genockt. Es kommt keine Kohle mehr. Es kommt keine Kohle mehr. Achtung, ich will die Bremse ziehen. Nice. Jetzt kick sie runter. Boah, Alter, er hat sie gut gerettet. Wo bleibt die Kohle? Jemand will an unsere Bremse. Vorsicht. Ja, runter mit ihm. Warte, ich nehme die Schaufel. Okay, wir sind bei der Vorhinein. Es kommt keine Kohle mehr. Es kommt keine Kohle mehr. Wir haben alle Kohlen verheizt. Jetzt geht es eigentlich nur noch ums Bremsen. Das heißt, ich protecte hier die Bremsen. Achtung. Okay. Keine Sorge, ich habe ihn. Heizen wir doch einfach die Eule. Echt mal, wir heizen die Eule. Ja, er ist genockt. Genockt. Lock ihn. Haha, er ist runtergeflogen. Yes, Alter. Der hat ihm sein Rumgerambelbambel nichts gebracht. Wir haben einfach Stil. Wir haben einfach Stil hier. Easy. Guck mal, der Hai war früher mal weiß. Aber dann hat er als Kohle-Schipper gearbeitet. Der weiße Hai wurde zum schwarzen Hai. Aua, aua, aua. Mann. Eine Runde geht noch. Eine. Mal sehen, was kommt. Aber es war doch richtig süchtig, ne? Ja, man will gar nicht aufhören. Nee, man will gar nicht aufhören. Winter is coming. Kenn ich auch noch nicht. Winter is coming. Da musst du die Lagerfeuer. Das sind drei Lagerfeuer. Und die werden immer schwächer. Du musst immer gucken, dass du so am stärksten Lagerfeuer bist. Damit du nicht einfrierst. Okay. Die Bonfire. Könnte auch sein, dass hier ein paar... Bonafires, ne? Dass hier ein paar Seelen aus Dark Souls plötzlich erscheinen. Guten Bonfire-Boys. Denkst du, die kriegen viel Content? Die Bonfire-Boys. Was, die Bonfire-Boys? Die Bon... Da brauche ich aber hier... Ketula. Die Bon-Boys. Die Bon-Boys. Guck mal, der eine hieß hier so ein Viking-Otter. Ich nehme wieder Red Riding. Red Riding Root. Dieser authentische Katzenblick, den die Katze hat. Ja, ja. Sehr authentisch. Auch der Taubenblick der Taube ist sehr authentisch. Die guckt so richtig so... Boah, Berlin gerade aus dem Berghain. Weißt du, so ein paar Tütchen vorne gefunden. Berlin hat Nachttaube. Ich nehme so eine Berliner Nachttaube. Die sind schon anders. Wenn die sich hier mal nach Bayern verehren, gibt es immer Taubenklopper im Brunnen, Alter. Das ist immer, was, was, Berghain, was? Was, was? Was hast du gesagt, ne? Aber er macht nicht ready. Er sagt, ich finde den Knopf nicht für ready. Ich schanier mich von Döner bröseln. Die haben eine ganz andere Ernährung auch, ne? Die anderen ernähren sich die Semmeln. Boah. Schnapp dir die Schaufel. Da ist ne Bombe. Boah. Wow. Uff, ich erfriere. Ich komme absolut nicht auf die Beine. Okay. It's getting hard. Oh, Vorsicht. Kann man Leute ins Feuer ballern? Ach, der ist schon tot, oder was? Oh Gott, Alter, ich bin... Ich bin eingefroren. Ich bin eingefroren. Ich bin doch direkt am Feuer, warum wird es ja eisig? Du musst zum anderen Feuer dann. Die Feuer werden schwächer. Ah, sieht man das optisch gar nicht? Ja doch, das ist ne kleine Flamme. Das andere hat jetzt voll die große Flamme da. Ich bin... Na, wie schnell bin ich eingefroren? Please. Ja, weil du die ganze Zeit am Little Fire warst. Das ist ja mies. Die beiden sind friends und haben gewonnen, oder was? Oh Gott. Okay, jetzt weißt du, gegen wen wir vorgehen müssen. Gegen die Gelben. Gegen die Gelben. Hass auf Gelb. Da liegen alle Bomben rum. Hier ist noch eine gelbe Taube, die aber nichts macht gerade. Jetzt schlägt eine Verbindung. Mama hat das Internet rausgezogen wieder. Wo ist denn das große Feuer? Papa legt wieder was runter. Ist das hier drüben? Au! Ich weiß nicht, ey. Das hier sieht größer aus, oder? Ey, das gibt's nicht. Wie lange bin ich denn bewusst los? Guck mal rüber hier. Achtung, einer hat ne Taser-Gun. Achtung, Bomben. Boah, haben die ne Reichweite, die Dinger. Aber das Feuer hier sieht groß aus, ne? Ich weiß nicht. Achtung, der ist gelb. Ah. Treff ihn nicht. Ich treff ihn nicht. Der hat einen Taser, der eine. Warum treff ich niemanden gerade? Alter, und jetzt bin ich von der Ente hier. Achtung, die Ente hat mich. Nice, du hast nen Taser. Oh. Ich weiß nicht, das Feuer sieht mager aus. Das hier ist ein bisschen besser. Oh, Ente getasert. Oh, er gibt mir nen Nackenschlag, Alter. Er hat mir richtig auf den Nacken gegeben. Richtige Nackenbasis. Alter, ich bin eingefroren. Oh nein, ich bin eingefroren. Ist das das große Feuer? Bist weg, ne? Ja. Oh Gott. Warum treff... Ich treff niemanden. Alter, guck dir das an. Der hat mir Kopfnuss gegeben, der Sack. Du musst immer so ein bisschen Kopfnuss-Kombo... Wie geht denn der Kopfnuss überhaupt? Mit B. Boah, ich hab ihn mit der Bombe ausgenockt. Vorsicht, Bombe-Mex. Ja, ich seh's, aber... Ich bin raus, ne. Obwohl... Oh Gott. Er ist noch back on the fire. Back on track. Die Sonne scheint. Ein wilder Kampfhrend brennt. Vor der Hütte hier, vor der... Kämpfen sie um die letzten Nahrungsmittel. Oh, Devilcat will sie rauswerfen. Oh Gott. Oh, oh, oh. Wie alle wegkämmen. Alter. Oh, die Bombe hat mich gerettet. Ich bin geeist. Ich lege doch direkt in den Flammen. Ja, wow. Du bist aufgetaut. Komm schon. Leg noch ein Holz rein, Junge. Ist irgendwo ein stärkeres Feuer? Oh, er ist gefroren. Komm schon. Ich versuch mich aufzueisen. Haben wir gewonnen? Er hat gewonnen. Ja, weil ich war ein bisschen später eingefroren. Krieg ich das Ding hier nicht. Achtung. Achtung, Berliner Nachthaube. Ich geh wieder rüber hier. Das Feuer ist jetzt klein. Ich hab Pfeile in meinem. Oh. Da gibt es gleich eine Explosion. Das könnte meine gewesen sein. Oh, er hat mich genockelt. Ich bin auch da. Oh, er hat die Flammen reingeprügelt. Achtung, Bombe. Noch eine Bombe. Die hassen uns. Die werfen von draußen nur auf uns Bomben hier. Ich werde hier gerade bombardiert von dem einen. Ja. Weil wir die Liga dominieren. Wir dominieren die ESL, Alter. Oh, Vorsicht. Ihr habt da Bomben. Ah. Achtung. Lizzo. Lizzo will Bomben werden. Oh, Lizzo. Oh, ich bin weg. Das schaffe ich nicht mehr. Nee. Jetzt liegt alles bei dir, Sohn. Die Bombe war zu heftig. Ich bin da hinten eingekeilt, bewusstlos. Ich glaube, Lizzo ist eingefroren, oder? Ich glaube, ich habe es geholt. Ja. Ja, sieht gut aus. Nein. Was? Lizzo, gib einen Dropperkikel. Lizzo? Oh nein, oh nein. Hier, die kleine Flamme erst. Ich bin gebrochen. Scroll nicht rein. Nee. Toll, er wirft noch einen Fisch. Oh, Gott. Es ist so ungeschreckt, dieses Spiel. Alter, mein Daumen, mein Zeigefinger tut wieder weh. Mit zwei Tagen. Oh, ich habe hier eine Dose mit irgendeiner unbekannten Substanz herkunden. Oh, ein Crack. Animal Crack. Tauben Crack. Crack Tower. Bam. Achtung, Vorsicht. Das geht mit dir ab. Nächster gefrozen, Alter. Der Hase wird sprengen. Bist du noch am Leben? Nee, ich habe der Bombe und dem Dings den Kopfnuss gegeben, Alter. Das war zu krass. Oh, Mist. Da drüben metzeln die sich weg. Ja, dann werfe ich mit Fisch. Nein, die Banane. Bam. Bam. Meow hat er mal gemacht. Meow. 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 Boah, Alter, da kam sogar Blut. Ich wusste nicht, dass das Spiel Blut hat. Nee. Ey, warum komme ich hier auf die Beine? Nice. Alter, was macht ihr da unten, ey? Das ist aber das Lagerfeuer-Lied, ey. F steht für Freunde. Bam. Der wird frieren, ja. Der ist eingefroren. Er rutscht vielleicht noch mal zum Feuer runter, wenn er Glück hat. Ey, der hat so ein Glück. Jetzt aber nicht mehr. Oh, was? Ich komme nicht, ich komme nicht auf die Beine. Kacke. Oh, nee. Ich komme nicht auf die Beine. Ah, die Sonne kommt gerade raus. Was macht ihr da, Alter? Alles. Rennen wir nicht zu weit raus. Naja, ich muss aber, weil die Bombe. Jetzt fliegen die Bomben, Jungs. Ab jetzt ist Lotto. Super Lotto. Da ist eine Dose. Oh Gott. Was geht da hinten vor an diesem Feuer? Wer brennt, gewinnt. Wer brennt, gewinnt. Nein. Aber ich war später eingefroren. Ja, aber das Skeleton liegt noch im Feuer. Nein, nein. Alles gut. Der war weg. Der war weg. Okay. Der war schon tot. Alter, hier wird gesweatet. Das ist ein Sweat-Game. Das ist ein Sweat-Game. Oh Gott. Wieso? Ich bin vielleicht... Nein, ich schaff's noch. Oh. Das ist eine alte Bratwurst am Spieß, Junge. Ich muss ein bisschen auftauen. Aber ich taue nicht mehr auf. Warum? Feuer ist zu small. Ich bin ein big Feuer. Wartung, ich bin ein Mann mit einer... Fazer-Gun. Die Tauben... Burn! Burn! No! Oh, ne, 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 gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Ey, die machen mich fär... Die hat mich ins Wasser geworfen. Ich bin raus. Die haben gesehen, ich bin eine zu große Gefahr. Die haben gesehen, ich bin zu dangerous. Oh nein, ich bin auch reingefroren. Super dangerous. Ah, jetzt wird's... Jetzt wird's... Jetzt wird's schwierig. Oh, ne Bombe reingeworfen. Komm schon, Mr. Kroko. Ne, Mr. Kroko wird... Der war so lange im gefrorenen Dings. Dann ist die Technotaube. Mr. Kroko wurde rausgeballert. Ich werf mal hier auf die zwei eine Bombe. Das wird jetzt dangerous. Oh, die Technotaube... Oh, die schmeißt die Bombe rüber. Alter, aber wie, ne? Aber so im letzten Augenblick, so in der letzten Drehung. Ja, das sind eigentlich erwachsene Männer in Furry-Kostümen. Das ist eigentlich eine perverse Furry-Party, die wir da schmeißen eigentlich, ne? Oh, Bombe. Die Taube hat sie. Das ist direkt die nächste Bombe hot. Alter, die Taube. Jetzt ist die Frage, wer gewinnt? Besser wär's, wenn das Krokodil gewinnt. Alter, wie's ausgerutscht ist. Der Vanane geslippt ist. Putz, der Fisch. Krokoman will sich den Taser holen. Uh, 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 uh. Ah, war kein guter Wurf. Krokoman muss gewinnen. Die letzte Frostzone. Jetzt wird's nochmal richtig Shaggy-Delic. Shaggy-Delic. Ich werf auch noch ne Bombe rein. Ah, die Taube hat gewonnen. Ja. Jetzt heißt es... Der nächste Sieg, vielleicht, ne? Entscheidet die Runde. Du weißt, wer auf unserer Agenda steht. Einmal das Krokodil, das Slumberdog. Alter, ey, gibt's nicht. Ich hab mich hier genockt. Und da kommt die Bombe hinterher. Alter, der Otter. Ey, die haben es auf mich abgesehen. Jo, ich bin raus. Hucho ist aber... Ey, ich bin weg. Oh, der Otter hat's übelst auf mich abgesehen. Damals nix mehr. Der hat mich richtig auf... Dorf weiter geworfen. Dorf weiter gekriegt. Ich bin im Nachbarlagerfeuer-Dorf. Ja, ja. Kümmer dich. Kümmer dich um mich. Aber Taube und Krok sind beide noch da. Obacht. Achtung, ist ne Bombe. Komm, fett's den Otter weg. Ey. Das ist so eine richtige Schaufel. Und dann kommt da das Schlafzimmerkrokodil. Ja, ich sag ja, Doc Slumber ist... Doc Slumber. Oh nein, der hat ne Bombe. Das Krokodil muss weg. Au. Der hat mir Nackenschelle gegeben. Da liegt ne Bombe. Jetzt fünd sie an und schmeißt sie rüber. Nicht auf meinen Bausteller. Nicht auf Bausteller. Was, Krokodil ist wieder gut genockt da drüben. Aber die haben das stärkere Feuer, glaube ich. Oh. Oh, hast du ein Glück, dass du da nochmal reingehoppt bist, ne? Achtung, Bombe im Zentral. Ich steck hier fest. Die rangeln. Ja. Das hat doch diese Geräusche. Die Taube, glaube ich, die will Stress. Die musst du rauskriegen. Weil die ist... Die gehört mit zum... Zum harten Ghetto. Miau. Miau. Oh, oh, du bist... Ich bist weit draußen. Da ist ne Zentralbombe. Uff, uff, uff. Ey, lass mich. Der Otter ist richtig der Crapper. Oh, wir haben uns gegenseitig Headbutt gegeben, Alter. Aber er ist fitter. Er steht schneller auf. Er ist otterfit. Ja, ja, klar. Er hat mehr Fett. Er hat otterfitness. Oh, ich bin nochmal aufgetaut. Oh, hörst du still. Slide. Alter. Shit. Lass mich. Nein. Lass mich. Ich versuch ne Rettung. Ich mach ne deeskalierende Bombe. Ja, Gott. Nein. Komm schon. Du bist... Oh, nein. Die Bombe hat mich gekillt. Oh. Okay, es gibt noch ne Runde. Grün ist wahrscheinlich Gewinner. Ne, Rot. Oi, 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 oi. Das könnte der Final Round jetzt aber sein, dann. Achtung, ich hab so nen Hammer. Vorsicht. Oh, was? Der hat mich richtig gedroppt. Ich lieg immer noch im Koma. Ja, es ist... Alter, was sind das hier für Kicks? Ich sag ja, die gehen voll auf den Graf. Oh, Graf Schmeckulons Bombe, Alter. Ich komm nicht mehr rein. Ich komm nicht mehr rein. Ich bin nur am liegen. Eie. Croco, man. Alter, ich komm nicht mehr... Ich bin nur am liegen. Ich frier ein. Ich frier ein. Oh, ne. Ich mach nur noch die Eisprinzessin. Ich mach Bomben-Spar-Modus, ey. Ich schmeiß sie hier unten hin. Das gibt's nicht. Ey, der Otter will ne Bombe zu euch werfen. Oh, der hat nen Hammer. Ah, die Taube. Sieht aber so witzig aus, wenn sie rennen, ne? Ja. Okay. Oh, da drüben ist auch ne Bombe. Nein! Ey, der mit dem Hammer ist richtig OP. Ich werd versuchen, ihn mit ner Bombe zu schreiten. Alter, der mit dem Hammer, der haut richtig durch. Vorsicht, zwei Bomben liegen, Alter. Ich mach den mit dem Hammer einfach nicht. Fausten, ey. Biss den Fausten. Oh, jetzt, jetzt. Schmeiß ihn weg, ey. N' Dreck mit ihm. Ich hab den Hammer schlecht gegriffen. Nein! Nein! Oh. Ey, ich komm nicht mehr auf die Beine. Ich komm nicht mehr auf die Beine. Oh. Wie ist der Hammer? Alter, Hammer. Was geht da ab? Nein, ich bin genockt. Oh nein, es ging zwei. Fisch. Boom, ja. Der Fisch hat ihn noch getroffen, Alter. Geil Mann. Der Fisch hat ihn ausgenockt und in seinem Hammer entmachtet, Alter. Ja! Der Rettungsfisch. Schöner Rettungsfisch, ey. Eine schöne Rettungsforelle, Alter. So, das war's. Leute, bewerten. Kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und... Tschö. Tschö.